Lauf einmal zickfack über das Erf, genauer in der Mitte bitte. Da schießt garantiert niemand auf mir. Der Bekloppte. Es ist eigentlich perfekt. Die decken alles bei einem Finte und schießen alle nicht auf mich. Weil es auch eine Finte ist. Ne, aber ich meine, wenn man das alleine macht. Könnte das klappen. Das ist Comrade, der da läuft in dem Hangar mit der Rot Flair in der Hand. Und die Zombies sind da eben her. Eins, zwei, drei, vier... Ja, da gehen noch mehr. Ach, suchst alle Kröger. Dann machst du den Zombie Train. Ich hab das sogar zu lieben. Deswegen bist du ja da. Licht aus, oder was? Ne, leuchtet noch. Das Ding, das in der Hand ist. Ist schon arg kacktisch, wenn man hier alles viel besser sieht. Sie hört, Slot läuft das Erf Sheet. Wahrscheinlich von Süden. Soll ich da was Größeres? Ein Rucksack. Und ein SKS. Ja, super. Den Rucksack brauchst du. Naja, jetzt muss ich nur irgendwie meine Bekanntschaft loswerden. Da gehst du, rennst du ganz hinter, in diese Baracke. Rennst du raus, machst die Tür zu, da sind alle drin. Genau. Das ist ja auch gemein. Nächster abmacht, freut sich. Das ist ne geile Idee. Das ist der zweite Hangar. Renn nicht zu weit. Die müssen mal an dir dranbleiben. Warte. Was soll ich meinen? Du musst dann nur wieder rauskommen, wenn auf jeden Fall 5 Meter Weg stehen. Das kann sein, dass er bei dem Versuch jetzt stirbt. Wo haben wir den Rest zu lachen? Die gehen da rein. Die gehen da rein. Die gehen da rein. Jetzt läuft doch raus. Tür zu. Sauber. Super Aktion. So macht man das. So macht man das. Der spawnt nämlich auch keine nach, ne? Wenn er die einmal wegfiehlt in die Leben noch, spawnt ich ja keine nach. Das macht er ja noch ordentlich mitgezogen. An die Zwerge. Ja. Ja. Ja, vorerst ist ja nichts mehr. Nächster, das macht er vorerst nicht. Ah doch, beim ersten Hangar, also ne, beim zweiten Hangar, da stehen auch noch zwei Zombies vor. Er hat ja aber nicht mitgezogen. Drei. Vier. Ja. Ich bin da ums Land gehückeln. Da hätte noch ein bisschen Munition. Junior ist da oben. Ich geh vor zu den Hangars, wo die Baracken sind. Ja, da musst du gleich auf Alex rein. Nee, da darfst du nicht rein, weil da sind Zombies drinnen in der Baracke. Okay, das macht ich so. Alex hat Zombies reingeschmissen. Da ist eh nix mehr drinnen. Spieler geht da, er läuft bei mir. Wohin? Mit Lucksack nicht. Wo bist du denn? Ja, Lutter Lucksack. Ja, das ist Alex. Bin ich? Mit der Rotfleer in der Hand. Äh, ich seh nur den Lucksack jetzt. Ja, Moment, nicht schießen, bitte. Ich steh da rum. Du siehst das leuchten nicht? Nein. Im Hangar meinst du, ja? Dort? Nein, nein, nein. Auf dem Hangar hab ich keine Sicht, ich hab nur den Spielerleut gelaufen. Gut, dann ist das nicht Komret, das ist ein Spieler. Komret ist in den Hangars. Und rennt gleich Richtung Norden. Da kommen die Spieler zum letzten Hangar vor. Genau, da laufen Spieler. Bei den Baracken, wo die Zombies waren, das ist ein Spiel doch. Ja, dann lass doch mal, wenn der da rein läuft, dann doch lustig. Ja, ich seh ihn, er rennt jetzt. Komret macht die Fackel weg. Komret, er rennt direkt bei den Hangars. Er ist jetzt beim ersten Hangar, er rennt direkt nach vorne. Ja. Roter Rucksack. Ist im ersten Hangar drinnen. Lootet den. Hat die Baracken ausgelassen, schade. Kommt jetzt aus dem ersten Hangar wieder raus, geht in den zweiten. Genau. Ja, dann schieß ich ihn gleich weg. Wo bist du, im dritten? Im zweiten? Ja, da ist er jetzt drinnen. Im zweiten ist drin. Er ist tot. Boah, kommt jetzt schon spät an hier. Scheiße. Mal gucken, ein Schuss. Das ist nur Puls. Engine heißt ja. Check. Engine. Mal gucken, ob der alleine war. Oh, alles zerstört bei ihm. Mit einem Schuss. Aber echt, ein Schuss. Rucksack. Der Hose ist nicht zerstört. Jacke. Reste. Abgefahren. Also hab ich nicht gekochen. Ich desconnecte jetzt. Check. Ja, dann machen wir das Video mal aus, ne? Obwohl, der hat ja noch ein paar lustige Dinge gehabt. Habe ich im dritten Hose-Basse. Ich bin dort über das jetzt, in der Luft habe ich reinkumbe. Ich bin sonst jemanden, im dritten. Ich bin ein schnellerer. Ich bin ein Neist. Ich bin hier, kleinare.